Na hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutscheler und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch euch heute wir so einen kleinen Mount-Achievement-Guide präsentieren. Und zwar geht es um das schicke Mount, auf dem ich mich gerade hier schon befinde. Das schimpft sich Bollweck-Kreischer. Und dieses können wir uns erspielen, indem wir ein Achievement einheimsen und das schimpft sich Ruhm des Schlachtzüglers von Nathreda. Und dafür müssen wir alle 10 Achievements im neuen Raid-Dungeon abschließen. Die sind eigentlich alle relativ simpel. Schon mal vorab, es gibt kein Movement-Achievement. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr da ewig drin hängen werdet. Das Einzige, was ich euch vorab schon mal so ein bisschen raten kann, beim vorletzten Boss solltet ihr mit einer kleineren Gruppe spielen. Wir haben alle Erfolge mit einer Gruppe bewältigt, die 20 plus Mitglieder hatte. Für das vorletzte Achievement sind wir dann runtergegangen, haben zwei 10er-Gruppen draus gemacht. Sonst ist es mit dem RNG einfach ein bisschen kacke, dass alle die Fähigkeiten richtig abkriegen. Und es dauert einfach nur ewig. Also bevor ihr reingeht, überlegt euch vielleicht schon mal, mache ich es lieber mit einer kleinen Gruppe am Anfang schon oder baue ich meine Gruppe so, dass ich später splitten kann, dass ich genug Tanks eventuell habe, dass das möglich ist. Sonst könnte es halt ein bisschen ätzend werden. Das Ganze ist aber von den Achievements her relativ einfach machbar. Ihr könnt es im NHC, HC und Mythic machen. Ich empfehle natürlich im NHC, dann tut man sich ein bisschen leichter. Gut, bevor wir uns jetzt die Achievements an sich anschauen, würde ich sagen, gucken wir uns noch das Mount Special an, dass wir den Punkt auch haben. Ihr seht, es macht einmal so eine Rolle, ist eine ganz nette Geschichte. Und dann würde ich sagen, schauen wir die Achievements an. Dann kommen wir zum ersten Boss und zwar zur Schrillschwinge mit dem Achievement Blind wie eine Fledermaus. Und für dieses müssen wir den Boss Schrillschwinge im normalen oder höheren Schwierigkeitsgrad besiegen, nachdem wir sechs listige Diener getötet haben. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes solltet ihr, bevor ihr den Kampf anfangt, bestimmte Stellen markieren. Und zwar, wenn ihr jetzt hier am Rand entlang lauft, seht ihr, dass hier so kleine Brocken am Boden liegen oder so eine Flüssigkeit. Ich weiß jetzt nicht, was das darstellen soll. Auf jeden Fall liegt da was. Und da sind sechs Stellen hier am Rand im Raum, die ihr markieren solltet. Und zwar die erste ist bei mir hier. Die zweite hier direkt daneben. Also hier ist übrigens der Eingang. Wir gehen links rum. Die können bei euch woanders liegen. Ich habe schon Kommentare gelesen, dass die anscheinend unterschiedlich sein können. Ich zeige euch jetzt mal, wo die bei mir liegen. Ihr solltet einfach mal Axt draufstellen. Dann haben wir hier das dritte. Hier gegenüber vom Eingang das vierte. Hier hinten das fünfte. Und dann ist das letzte hier vorne. Was passiert jetzt? Sobald wir den Kampf starten, spawnen an diesen Stellen unsichtbare Diener. Und diese Diener müssen wir töten. Die können wir aber nicht direkt angreifen. Ich habe zwar gehört, dass die Haas die aufdecken können, ist aber relativ irrelevant. Sondern ihr müsst die töten mit einer Fähigkeit vom Boss. Und zwar kaster der Boss verschiedene Sachen. Unter anderem haben wir hier Echo Ortung heißt das Ganze. Da werden verschiedene Spieler anvisiert. Nach 8 Sekunden springt der Boss auf die Position. Und dann gibt es eine Voidfläche, die abgelegt wird. Und durch diese Voidfläche können wir dementsprechend die Mobs rausholen. Und dann ticken sie langsam tot. Das ist eigentlich das ganze Achievement. Das kriegt ihr unter anderem auch, wenn ihr beim Schrei fällt. Also ich denke mal, wenn ihr es in Normen macht, könnt ihr euch auch beim Schrei quasi failen. Und euch dann reinstellen. Aber durch das ganz normale Anspringen quasi vom Boss dürfte das auch funktionieren. Einfach die Echo Ortung, wenn ihr die abkriegt, hinlaufen. Oder ihr könnt euch da am Anfang schon hinstellen. Boss springt euch drauf. Lache landet. Mob stirbt. Fertig. Ich habe jetzt das leider nur ganz am Ende aufgenommen. Wo ich das Achievement eingeheimst habe. Ich zeige euch jetzt mal hier noch, wo wir es bekommen haben. Da lag der halbe Raum dann voller dieser Suppe. Die Ätzeln gestorben. Da solltet ihr auch so ein bisschen drauf gucken. Übrigens, sobald ihr es erfüllt habt, wenn ihr euch das Achievement in den Erfolgsreiter an der Seite post pinnt, dann könnt ihr schauen, ob es weiß wird. Wenn ihr alle getötet habt, wird es weiß, dann könnt ihr den Boss umhauen. Ist eines der leichtesten Achievements. Viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu beachten. Dann kommen wir zum zweiten Boss, und zwar Jäger Altimor und dem Achievement Gassi gehen. Und für diesen müssen wir Jäger Altimor im Schloss Nathria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir Margor, Bargast und Hektis in die Ecken des Hundezwingers geführt haben. Hört sich einfach an, ist es tatsächlich auch. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Man pullt ganz normal den Boss und ein Tank schnappt sich dann den ersten Hund und der andere den Boss. Wir haben den Boss einfach in der Mitte getankt und der zweite Tank, in dem Fall war ich das, hat sich einfach den ersten Hund geschnappt und hat angefangen, ihn von einer Ecke in die andere zu ziehen. Also läuft einfach außenrum einmal. Beim ersten Hund ist das gar kein Problem, da muss man auch nichts beachten. Übrigens, vielleicht habt ihr diese kleine Kackwurst gesehen, wenn ihr in allen Ecken wart, also wenn der Hund in allen vier Ecken war, dann hinterlässt er so ein kleines Häufchen und ihr seht auch im Achievement Tracker an der Seite, wird dann der dementsprechende Hund weiß. Beim zweiten Hund, den könnt ihr euch auch einfach schnappen und im Kreis laufen. Hier müsst ihr aber ein bisschen die Mechanik beachten, denn aus euch spawnt ja dieser eine Geist raus. Dementsprechend sollte man ein bisschen gucken, dass natürlich der Boss nicht in der Nähe ist. Wenn der Geist natürlich dann in den Boss reinfliegt, ist das ein bisschen kacke. Und ihr müsst beim Rumlaufen auch ein bisschen aufpassen, falls ihr eine Klasse seid, die wie ich jetzt hier am Cleaven ist, dass ihr vielleicht nicht unbedingt dann diese Schemen raushaut, weil es ist auch nicht so gut, wenn die noch keine Stacks haben. So, die ersten beiden Hunde haben wir abgehakt, da ist easy. Beim dritten Hund müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und zwar, was ist bei diesem Hund der Fall? Er hat ja einen Buff auf sich drauf, wenn er gezogen wird, macht er eh Schaden. Wenn er jetzt hier wie so ein Verrückter lossprintet, dann haut er die ganze Zeit seiner eh Schaden raus und dementsprechend kriegt die Gruppe halt relativ gut auf den Sack. Also da müsst ihr halt ein bisschen schauen mit euren Heilern, mit dem Gruppenleben, wie schnell ihr ziehen könnt. Übrigens, das ist natürlich hier wesentlich beschleunigt. Also falls ihr euch jetzt fragt, ja, das ist beschleunigt und ich habe ihn nicht so schnell gezogen, sondern am Anfang ein bisschen langsamer. Und als ich gesehen habe, okay, die Gruppe ist safe, Heilern haben gesagt, sie haben da CDs laufen, habe ich ihn raw gezogen und habe ihn durchgesprintet. Sobald ihr übrigens die Häufchen in die Ecke gelegt habt, könnt ihr die jeweiligen Hunde, vielleicht außer den zweiten, in die Mitte ziehen und man kann ganz normal wegkliefen. Das ist es eigentlich. Das Achievement wird auch wunderbar weiß, wenn man die jeweiligen Hunde in die Ecke gezogen hat. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Dann kommen wir zum dritten Boss, und zwar den hungrigen Zerstörer. Mit dem Erfolg füttert die Bestie und für diesen müsst ihr den hungrigen Zerstörer im Schloss Nastria auf dem Führigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir alle großen Anima-Kanister mit instabilem Ausstoß geleert haben. Wie funktioniert das? Und zwar, wir ziehen den Boss einen Ticken in die Mitte vom Raum, das macht es ein bisschen einfacher. Und dann seht ihr, rechts und links vom Boss befinden sich jeweils drei Anima-Kanister. Diese Anima-Kanister haben wir gemarkt mit Raid-Marks, die sieht man aber so auch relativ gut. Und diese Anima-Kanister müssen wir jetzt erwischen mit einer Fähigkeit, die schimpft sich in stabiler Ausstoß, die castet der Boss random auf ein paar Spieler in der Raid-Gruppe, die kriegen dann auch schön hier so Pfeilchen drauf, und die müssen sich ein bisschen absprechen und an diese Anima-Kanister ranstellen. Dann werden die nämlich auch von der Fähigkeit getroffen, platzen, und wenn sie geplatzt sind, dann leuchten sie nicht mehr rot, beziehungsweise haben nicht mehr dieses rote Anima-Flüssigkeit in sich, sondern sind halt einfach entleert, und dann hat man die Voraussetzungen für das Achievement abgeschlossen, wenn man denn alle sechs entleert hat. Also das kann man relativ einfach sehen, beziehungsweise wenn man sich das Achievement rauszieht, wird es natürlich dann auch wieder weiß, wenn ihr alle von denen quasi zerstört habt. Ihr habt gerade gesehen, dass die Spieler teilweise relativ weit rauslaufen. Theoretisch kann man die auch treffen, wenn man in die richtige Richtung das Ganze dreht. Einige im Raid meinten aber, sie kriegen es nur aufkittet, wenn sie direkt davor stehen, also wenn ihr da auch Probleme habt, stellt euch wirklich direkt vor dem Anima-Kanister, dann sollt ihr auf jeden Fall platzen. Und das zweite Tipp kann ich euch noch geben, sprecht euch ein bisschen ab. Wenn sich zwei Leute auf einen draufstellen, haut die Fähigkeit natürlich wesentlich mehr raus, und ihr killt euch vielleicht gegenseitig, das wollt ihr nicht, deswegen verteilt euch da einfach ein bisschen, macht es einen Ticken einfacher. Sonst müsst ihr den Counter aber nicht anders spielen. Dann kommen wir zum vierten Boss, und zwar zu Lady Nerva Dunkelader und dem Erfolg. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Und für diesen müssen wir Lady Nerva Dunkelader im Schloss Nasria auf dem Führigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir den dunklen Animus besiegt haben. Was müssen wir dafür genau machen? Und zwar, wir müssen erstmal den dunklen Animus herbekommen. Wo kriegen wir den dunklen Animus her? Und zwar brauchen wir ein Pad dafür. Und dieses Pad schimpft sich einfach Animus, oder Sohn des Animus besser gesagt. Und diesen Sohn des Animus, den droppt der Animus im Thron des Sonners. Das ist einfach ein Pad Battle, also ein Haustier. Und dieses könnt ihr euch einfach selbst farmen oder im Auktionshaus kaufen. Ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Es braucht aber nur einen Spieler aus der Gruppe. Dementsprechend alles, kein Stress. Wie läuft das Ganze? Also bevor ihr den Kampf anfangt, packt einer dieses Haustier aus. Am besten wirklich nur einer, wenn es mehrere machen. Weiß ich nicht, ob dann mehrere jetzt kommen. Also lieber nur einen, ne? Einer packt das Haustier aus. Dann fangt ihr den Kampf an. Dann rennt ihr ein bisschen rum, sammelt Anima, der Animus. Bleibt dann stehen an der Stelle. Und dann müsst ihr, ja, den Kampf ganz normal runterspielen. So nach etwa ein bisschen über vier Minuten spawnt dann der Animus. Und was passiert dann? Er wird dann groß und ihr könnt ihn angreifen. Die Tanks sollten ihn schnell ranspotten. und ihr solltet dann gucken, dass ihr eure CDs am besten dafür spart und ihn mit Heldentum umboxt. Denn der kann auch schon ganz schön reinhauen. Er hat ein paar eigene Fähigkeiten. Unter anderem, was wir vom Animus aus Thron des Donners schon kennen. Er hat diesen komischen Ring, wo ihr rauslaufen müsst mit den Kugeln. Wenn ihr da zu langsam rauslauft und zu viele Kugeln fresst, kriegt ihr halt einen Debuff mit einem Haufen Schaden. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Und ja, wenn ihr den relativ schnell umhaut, dann passiert da nicht viel. Dann könnt ihr eigentlich den Kampf ganz normal fertig spielen. Ihr solltet halt bloß schauen, dass ihr am besten CDs drauf spart. Dann solltet ihr kein Problem haben. Sonst spielt ihr den Boss einfach ganz normal danach und auch runter. Tötet ihn, heimstens Achievement ein. Das war's. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Und ich würde euch nicht raten rauszufinden, was passiert, wenn quasi mehrere Leute den Animus auspacken. Dann kommen wir zum fünften Boss. Und zwar Rettung des Sonnenkönigs. Mit dem Achievement Leuchtend Hell. Und für diesen müssen wir Kaltas im Schloss Nathria auf dem Fähigkeitsgrad normal oder höher erlösen, nachdem wir alle vier Kohlpfannen des Raums entzündet haben. Und als allererstes solltet ihr wissen, ihr müsst ganz normal erstmal die erste Phase spielen, den Boss vollheilen und dann in die zweite Phase kommen. Denn dort können wir dann die Kohlpfannen entzünden. Hier ist es nämlich so, dass wir Kaltas und seine Fähigkeiten nutzen müssen, um alle vier Kohlpfannen, die sich übrigens in den vier Ecken sind, zu entzünden. Die erste Kohlenpfanne können wir mit einem Tank-Hit entzünden. Und zwar heißt der Flammenstoß. Der geht ganz einfach auf den Tank und dementsprechend zieht ihr den Boss da hin, lasst da drauf hitten und dann habt ihr die erste Flamme entzündet. Die zweite, bei uns jetzt hier unten links, das blaue Mark, da müsst ihr einfach einen Phönix draufziehen, denn der Phönix hinterlässt einen Debuff, schwelende Überreste und diese schwelenden Überreste entzünden die zweite Pfanne. Die dritte Pfanne ist bei uns jetzt unten rechts, hier in dem Fall lila. Und da müssen wir uns als Gruppe nämlich einmal gekuschelt hinstellen. Und zwar haben wir da den Effekt Glutexplosion. Das muss eine komplette Gruppe sorgen. Und dementsprechend, wenn ihr da alle steht, habt ihr es auf jeden Fall entzündet. Bei uns hat es schon da geklappt gehabt, deswegen habe ich ihn gleich weitergezogen. Und die letzte hier oben rechts, müssen wir auch im Normal wieder als Tank hin. Und zwar haben wir da die letzte Fähigkeit, die im Normal nur auf die Tanks geht, im HC und im Mythic auf alle. Und zwar heißt die Loderne Woge. Und das ist einfach dieser Blast nach vorne. Wie gesagt, im NHC geht er wirklich nur auf den Tank, deswegen könnt ihr euch da einfach mit dem Tank hinstellen und ihr kriegt sie entzündet. Im HC oder Mythic, wenn ihr das Achievement versuchen solltet, warum auch immer, dann müsst ihr euch wahrscheinlich da mit der ganzen Gruppe hinstellen und dann rauslaufen. Also wir fassen nochmal zusammen. Wenn ihr in den Raum reinschaut, oben links beim grünen Mark, da müsst ihr euch einfach hinstellen, den Tank-Hit reinhauen, Flammen der Stoß. Dann unten rechts, äh ne unten links, so rum, das zweite, da müsst ihr den Phönix hinziehen. Das ist das blaue Mark, was wir da hinten hatten. Und da einfach die Pfütze ranbasteln. Dann, ähm, bei dem unten rechts, da solltet ihr, da haben wir das Lila Mark stehen, da solltet ihr euch mit der Gruppe kuscheln. Da muss die Glutexplosion rein. Und oben rechts, da muss dann, ähm, die Loderne Woge rein. Und im NHC geht die immer auf den Tank. Dementsprechend kann sich auch der Tank reinstellen, ja. Also heißt, als Tank solltet ihr euch eigentlich einfach an jede Rand stellen, außer die mit dem Phönix, weil er, ähm, ja, der Phönix verfolgt die Tanks halt dementsprechend nicht. Und das müsst ihr auch nur in einer Phase machen, dann sind die angezündet. Ihr müsst es nicht in beiden Phasen vom Bosskampf machen. Mehr ist es eigentlich nicht. Relativ einfaches Achievement. Dann kommen wir zum sechsten Boss, und zwar zu Konstrukteur Ximox und dem Achievement. Privatvorrat, und für dieses Achievement müsst ihr Konstrukteurin Ximox im Schloss Nasria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr freie Anima aus Madraxos, aus dem Adenwald und aus dem Schlund in die Retrine zurückgebracht habt. Was müssen wir da machen? Als allererstes brauchen wir drei Items, die wir vor dem Bosskampf anklicken müssen. Und dafür gehen wir in den Vorraum. Und da seht ihr, haben wir hier schon zwei Urnen, rechts und links. Die müssen wir einmal anklicken. Und dann hinten, wo wir den Totenkopf gestellt haben, gibt es noch ein drittes Teil, das wir anklicken müssen. Das machen drei verschiedene Spieler. Dann haben die drei verschiedenen Spieler einmal den Buff von Madraxos, von Adenwald und vom Schlund. Und wir haben alle drei Animas einmal eingetütet. Solltet ihr das getan haben, geht ihr dann wieder in den Bossraum und könnt dann den Boss pullen und ihn normal runterspielen, bis auf eine Kleinigkeit, die sich ändert. Und zwar, sobald ihr den Kampf startet, habt ihr so 10 bis 14 Sekunden. Dann spawnt in der ersten Phase das Anima von Madraxos in der Mitte. Der Spieler kriegt den Debuff removed, also der ist dann weg. Und neben dieser Waffe, die dann in der Mitte spawnt, ist so eine kleine Bodenfläche. Ihr seht, hier haben wir jetzt die Waffe und dann haben wir so einen kleinen grünen Punkt da. Da muss sich ein Spieler hinstellen, das anklicken. Der wird gestunt, das ist egal, welcher Spieler das macht. Und jetzt ist es so, dass wir den zu dem grünen Kreis bringen müssen. Wie machen wir das? Wir haben diese lustigen Portale. Habt ihr schon gesehen, da wurde einer noch rangegrippt, dass er den auch ranportet. Und dann portet ihr quasi mit dem Portal den einen Spieler von der Mitte in dieses kleine grüne Portal. Und sobald das funktioniert hat, ist der Debuff runter und ihr habt die erste Voraussetzung erfüllt. Also habt ihr Anima, also Madraxos Anima zurückgebracht in die Vitrine. Und das kommt jetzt dreimal. Ihr seht, jetzt haben wir hier schon die zweite Phase mit der zweiten Waffe. Das ist aus dem Adenwald die Waffe. Die zweite Phase beginnt ab 70% und 10 bis 15 Sekunden nach dem Phasenstart kommt quasi das nächste. Und ihr seht, wir können hier auch ein bisschen warten, bis wir es holen. Dann hat sich wieder ein Spieler dementsprechend das Teil angeklickt. Wir stellen die Portale wieder so hin, dass er rübergeportet wird. Und wir haben das zweite erfüllt. Die ersten beiden sind nicht sonderlich schwierig. Ihr müsst halt beachten, ihr braucht dann die Portale, zumindest manche, für die Mechanik und könnt die nicht mehr für die anderen Sachen benutzen. Also wenn ihr die Samen zum Beispiel wegbringen wollt, habt ihr vielleicht dann keine Portale mehr. Ihr habt für die Geschichte, dass der Tank sein Zeug rausbringen muss oder die Explosionen, wenn ihr die rausbringen wollt. Das sind lauter so Sachen, die ihr halt dann nicht mehr habt, wo ihr das Portal da nicht benutzen könnt. Also das müsst ihr ein bisschen kompensieren. Ist aber nicht der Stress. Wirklich schwierig wird es dann tatsächlich erst in der letzten Phase. Und zwar die beginnt ab 40%. Und da ist es dann auch wieder so, 10-15 Sekunden, nachdem die Phase beginnt, kommt dann in der Mitte die letzte Waffe. Und das ist die Waffe vom Schlund. Und hier ist halt das Problem, dass ihr normalerweise das Portal ja benutzt. Ihr seht, hier haben wir auch wieder den kleinen Punkt. Der Spieler ist schon gestunt. Und wir benutzt ja normalerweise das Portal, um damit dann nach draußen zu kommen. Hier hinten seht ihr übrigens den kleinen Punkt. Da haben wir jetzt auch den Schlundtypen schon reingebracht. Und ihr habt dann halt einmal kein Portal, um rauszulaufen. Sondern ihr müsst dann halt mit irgendwelchen anderen Fähigkeiten, zum Beispiel im RAW vom Druid, gegenlaufen. Das ist so das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist. Ihr seht, mit dem RAW können wir hier easy gegenlaufen. Im Normal klappt das ohne Probleme. Im HC oder Mythic wird das schon wesentlich schwieriger und wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da muss man wahrscheinlich dann trotzdem das Portal nehmen, wenn man da das Achievement machen will. Kann ich euch aber nicht anraten. Im Normal ist es relativ leicht. Man muss sich mit der Gruppe ein bisschen absprechen. Vor allem auch mit den Samen ist es halt schwierig, weil man die Portale dann anderweitig benutzen muss. Dann kommen wir zum siebten Boss. Und zwar der Rat des Blutes mit dem Achievement Bis einer weint. Und für dieses Achievement müssen wir den Rat des Blutes im Schloss Nassria auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen. Nachdem wir insgesamt vier verschiedene Weinflaschen geworfen haben. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Im Endeffekt spielt ihr den Kampf komplett normal. Bis auf die kleine Tatsache, dass die vier Weinflaschen geworfen werden müssen. Und diese könnt ihr werfen, indem ihr Diener anklickt, die am Rand hier spawnen auf die Marks, die wir gestellt haben. Und zwar seht ihr, haben wir vier Marks aufgestellt. Die sind immer etwa in der Mitte von diesen Bögen. Und dort spawnt ein Diener alle Minute. Der bleibt zu 10 bis 20 Sekunden dort. Und dann die spawnt er wieder. Und in der Zeit müsst ihr da schnell hingehen, ihn anklicken. Das kann jeder aus dem Raid machen. Die werfen die Flaschen einmal drauf. Und sobald ihr vier geworfen habt, wird das Achievement dann dementsprechend auch weiß. Und ihr könnt die Bosse umhauen. Mehr ist es nicht. Die beeinflussen weder die Stärke vom Boss noch was anderes. Und ihr könnt es auch in der Tanzphase machen, so wie mir das gesagt wurde. Also ihr müsst da auch nicht unbedingt hinlaufen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir dann schon mal Spieler abgestellt haben, die sich hingestellt haben. Sobald so ein Diener kommt, haben wir die angeklickt. Und dann gab es dann auch relativ schnell den Erfolg. Danach müsst ihr ihn halt nur noch runterspielen, den Boss. Dann kommen wir zum achten Boss, zu Schlickfaust mit dem Erfolg Drecksflaps Rache. Und für dieses Achievement müssen wir Schlickfaust im Schloss Nasria auf den Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem er in Drecksflaps bevorzugter Reihenfolge auf Säulen geprallt ist. Als erstes müsst ihr dann mit einem NPC sprechen, und zwar mit Drecksflap an sich. Und der befindet sich einfach hier in der Instanz. Und da lauft ihr einmal rein hier in den großen Raum. Dann einmal hier nach rechts rum, wo es dann hoch zum Sonnenkönig und anderen Bossen geht. Und hier lauft ihr einmal den Gang so hinten rüber. Normalerweise würde man hier hochgehen. Und wir laufen jetzt hier den Gang in die Sackgasse zu Ende. Und hier unten steht dann Drecksflap. Den quatscht er an. Und sobald ihr ihn angequatscht habt, läuft er quasi in den Raum und springt dann hier auf die Säulen drauf. Und dann könnt ihr ganz normal den Kampf runterspielen. Ich kann es jetzt euch nicht zeigen, weil da ein anderes Gruppenmitglied bei mir im Run schon schneller war und den angequatscht hat, bevor ich überhaupt da war. Wie funktioniert das Achievement? Wir haben insgesamt vier Säulen. Und diese vier Säulen können wir ja mit dem Charge bzw. auch hier mit dem Stampfen zerstören. Wichtig ist jetzt, dass wir es in der richtigen Reihenfolge machen. Auf nämlich der ersten Säule hier vorne links, die bei uns jetzt hier in der Nähe von dem orangen Marker ist, sitzt quasi ein kleiner Dämon, der Drecksflaps. Und das ist so ein Flatterviech und da müssen wir quasi diese Säule wegchargen. Sobald die Säule weggechargt ist, fliegt er halt auf die nächste Säule und dementsprechend gibt er so ein bisschen die Reihenfolge vor. Die scheint fest zu sein. Und wichtig ist am Anfang, ihr pullt den Boss einmal nicht da, wo er steht, sondern ihr pullt ihn einmal an den Eingang ran und dann dort so in die Ecke, dass er mit dem Stampfen die Säule nicht zerstört. Dann zerstört er die erste Säule vorne links, da wo das orange Mark ist. Und zieht den Boss wieder ein bisschen zurück. Beim zweiten Charge zieht er den Boss dann gegenüberliegend hinten rechts hin. Das ist bei uns jetzt hier das gelbe Mark. Dann tankt er ihn wieder ein bisschen am Rand, dass er die anderen Säulen nicht zerstört. Und wartet quasi dann auf den dritten Charge. Und dieser kleine Drecksflaps fliegt halt immer von Säule zu Säule und gibt euch halt so ein bisschen die Reihenfolge vor. Und ihr seht, jetzt haben wir gleich den dritten Charge. Jetzt müssen wir nämlich die lila Säule, die ist nämlich vorne rechts, wegchargen. Und hier solltet ihr auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr relativ viel Schaden habt. Bei uns war es der Fall, wir mussten ein bisschen Damage Stop machen. Dann ein bisschen Gas runternehmen. Ihr braucht nämlich alle vier Säulen. Ihr müsst alle vier Säulen zerstören. Sonst gibt es das Achievement nicht. Heißt, wenn ihr zu schnell seid, kann das ein Problem geben. Und wenn ihr den Boss nicht genug in die Ecke zieht und er mit dem Stampfen eine Säule zerstört, habt ihr natürlich es auch verkackt. Also in dem Fall solltet ihr da auch ein bisschen gucken. Vor allem, wenn ihr am Anfang ganz rauspult an die Tür, da müsst ihr halt schnell genug sein. So, und jetzt müssen wir die letzte Säule noch zerstören und die ist hinten links. Also wir fassen nochmal zusammen. Erste Säule vorne links, dann hinten rechts, dann vorne rechts und dann hinten links. Das geht erstmal, oder das geht zweimal quasi über Kreuz. Mehr ist es nicht, dann gibt es das Achievement und ja. Dann kommen wir zum neunten Boss, und zwar den Generälen der Stein-Legion. Und hier zum Achievement gibt es mehr Särma und für dieses Achievement müssen wir die Generäle der Stein-Legion in Schloss Nasria auf dem Fähigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, während alle Spielercharakter einen Strauß blutroter Hosen tragen. Was wir bei dem Achievement machen müssen, will ich euch gleich sagen. Ich sollte vorher erwähnen, dass das Achievement im Laufe der Zeit geändert wurde. Und jetzt ist es wesentlich einfacher zu erspielen, als es zu Release des Addons war, einfach weil Blizzard so ein bisschen den Random-Faktor rausgenommen hat. Was machen wir? Wir klicken mit dem kompletten Raid am Anfang hier rechts vorm Bossraum einmal so Rosen an. Das sind blutrote Rosen oder blühende Rosen. Und dann kriegt ihr einen Buff drauf. Und diesen Buff müsst ihr jetzt umwandeln, dass er dann dementsprechend blutrote blühende Rosen heißt. Und wie ihr das macht, will ich euch jetzt mal erklären. Bevor das gepatcht wurde, haben wir das gemacht über zweierlei Wege. Einmal, wenn der Boss den Tank mit dem Blutungseffekt verseht, dann stackt mit jedem Tick einmal einen Stack oben hoch. Und wenn ihr 50 Stacks habt, dann habt ihr den richtigen Buff. Und dementsprechend ist ein Spieler schon mal damit versehen. Das geht halt aber nur auf die Tanks oder Klassen, die dementsprechend den Boss spotten können und sich den Tankhit abholen. Den zweiten Weg, den es dann gab, war hier diese Gläwe, die zufällig zwischen Spielern hin und her geschmissen wird. Und da gab es dann auch immer einen Debuff. Und wenn der Debuff tickt, dann ist auch der Stack hochgegangen. Und wenn der Stack auf 50 war, habt ihr dementsprechend dann auch den blutroten Rosenbuff gehabt. So, jetzt hat man natürlich das Problem, die Gläwe geht auf random Leute und man kann das auch nicht irgendwie auf bestimmte triggern. Und ja, da war die ganze Krux an der Geschichte. Wenn man halt einfach Pech hat, dann hat ein oder zwei Spieler, wer im kompletten Kampf das halt nicht abbekommen, konnte es nicht hochstacken. Und dann war es halt ein bisschen bitter. Wir haben da einige Minuten, Stunden dran rumgeschraubt, bis wir dann uns dazu entschieden haben, eine kleine Gruppe zu machen. Da war es nämlich ein bisschen besser, weil der Random-Faktor natürlich dann auf weniger Leute aufgeteilt worden ist. Mittlerweile hat Blizzard das aber Gott sei Dank für euch gefixt. Jetzt ist es nicht mehr so, dass der Debuff vom Boss das Ganze auslöst, beziehungsweise hier diese Gläwen, sondern man hat in den Zwischenphasen immer so kleine Kugeln, die man zu den NPCs hinterbringen muss. Und diese kleinen Kugeln stacken uns jetzt hoch und dadurch kriegen wir jetzt dementsprechend unseren Buff. Heißt, ihr könnt euch selber dann aussuchen, wer sie aufsammelt, wer den Debuff noch nicht hat und dementsprechend das Ganze hochstacken und habt nicht mehr diese Random-Geschichte, die am Anfang von der Expansion der Fall war. Sollte ich jetzt hier noch irgendwas vergessen habe, schreibt das gerne in den Kommentaren. Ich habe es, wie gesagt, auf dem alten, schweren Weg gemacht. Jetzt mit dem leichten Weg sollte es aber wesentlich erträglicher sein und dementsprechend hat Blizzard damit das ätzendste Achievement tatsächlich ein bisschen abgewandelt. Gut, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende bei dem Erfolg. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wie gesagt, hebt am besten die Blumen alle gleichzeitig auf, dass ihr mit der Zeit hinkommt, wobei das jetzt halt auch nicht mehr so riesen Auswirkungen haben dürfte, weil ihr die, ja, die was wesentlich Einfaches decken können müsstet. Dann kommen wir zum letzten und zehnten Boss zu Graf Trenatrius mit dem Achievement Reines Gewissen und für dieses Achievement müsst ihr Graf Trenatrius im Schloss Nassria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem ihr Bürde der Sühne von allen Spielecharakteren entfernt habt, bevor er Marsch der Bußfertigen einsetzt. Jetzt sollten wir erst mal klären, was ist der Marsch der Bußfertigen? Das ist quasi der Übergang in die zweite Phase. Heißt für uns, wir müssen alles vom Achievement in der ersten Phase abschließen. Und dann müssen wir vielleicht noch klären, Bürde der Sühne, das ist einfach der Debuff, den ihr am Anfang vom Kampf draufbekommt. Da hat jeder vier Stacks und diesen müssen wir auf null Stacks bringen. Im Normalfall spielt man den Bosskampf so, dass man zwei Gruppen hat, die jeweils drei Hits vom Boss nehmen, also dreimal diesen Frontal Hit nehmen, wo dann die kleinen Seelen spawnen, wie ihr hier seht. Wir spielen das jetzt ein bisschen anders, wir müssen ja auf null kommen. Dementsprechend zockt die komplette Gruppe die ersten vier Hits. Also Hit 1, 2, 3 zockt man mit der kompletten Gruppe, mit einer Ausnahme. Die Tanks müssen ein bisschen das anders spielen, denn ein Tank muss ja immer den Hit fressen und wenn man keinen Debuff mehr hat, dann gibt es böse, böse Geschichten. Dementsprechend haben wir die komplette Gruppe die ersten vier Hits fressen, außer die Tanks. Da habe ich jetzt die ersten vier mitgenommen, dann habe ich zwei ausgelassen, habe den anderen Tank die machen lassen und habe dann die letzten beiden noch mehr genommen. So sind wir dann alle komplett auf null gekommen und bevor er dann in die Phase kommt, müssen wir dann halt gucken, dass wir wirklich null haben. Am Ende stand nur noch ich davor beziehungsweise dann noch ein, zwei Leute, die noch nicht ganz abgesteckt haben, dass die dann auch nochmal ihren Stack verloren haben. So, jetzt müsste dann gleich noch der letzte Hit kommen. So, jetzt haben wir alle 19, wie ihr seht, mein Add-on zeigt es auch wieder an, hier abgesteckt, Boss zieht uns ran und jetzt haben wir eigentlich schon die Voraussetzungen fürs Achievement absolviert. Wir fliegen jetzt runter und dann startet auch schon die zweite Phase und jetzt heißt es eigentlich bloß noch den Boss ganz normal runterspielen, ihr müsst jetzt eigentlich nichts mehr beachten und sobald ihr dann den Boss gekillt habt, müsst es dann auch das Achievement geben und dementsprechend gibt es mit dem Achievement, solltet ihr vorher alle anderen auch noch mitgenommen haben, auch das Meta-Achievement und mit dem Meta-Achievement natürlich das schicke Mount noch und ja, damit sind wir dann tatsächlich komplett am Ende mit den Achievement-Guides hier aus dem Schloss Nathria und dementsprechend auch mit dem kleinen Mount-Guide für die Schwinge und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns selbstverständlich gerne wieder bei den nächsten Achievement-Guides, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao!